Mode ist immer das, was dem Träger gefällt. Das Modediktat, wie es früher war, das gibt es ja nicht mehr. Das ist auch gut so. Dadurch ist die Mode auch ein deutliches Stück demokratischer geworden. Viele Kunden kommen sehr informiert, orientieren sich vorher im Pinterest oder Instagram, was man so anziehen kann oder was sie meinen, was ihnen stehen würde. Dann versuchen wir das aufzudröseln auf ein einziges Outfit. Der Entscheidungsprozess ist mitunter schwierig, aber gelingt. Wir haben uns auf drei Bereiche spezialisiert. Im Damenbereich haben wir uns sehr fokussiert auf Anlass. Bei den Herren sind wir breit aufgestellt, aber immer ein touch elegant, bloß eins nicht, nämlich Mainstream. Das Bindeglied zwischen beiden Bereichen ist unsere eigene Manufaktur, unsere Schneiderei. Uns ist wichtig, dass die Kunden, die unseren Laden verlassen, sich gut beraten gefühlt haben, dass ihr nichts aufgedrückt worden ist und dass sie in dem, was sie dann anhaben, ihre Persönlichkeit auch nach außen tragen können, ohne verkleidet zu wirken. Ich bin Alexander Werner. Ich arbeite in Krefeld.